Willkommen zurück zu Stradio Willi, ich bin euer Fierobo und wir haben alles, wir reden immer ausgemacht. Damit können wir jetzt viel machen und damit, ja, kann man nichts anfangen. So, ich bin heute ein bisschen früher aufgewacht, also habe ich alle Tiere gefüttert. Ich hoffe, ich habe den Job ein bisschen leichter gemacht. So, ich habe außerdem Jolins jetzt Wasser napf gefüllt. Ja, und ich werde einen Knudler, okay. Was haben wir jetzt dafür bezahlen müssen? I'm very impressed. Enjoy your reward. Oh, hat er 10.000 von dem bekommen, wow. Dafür, dass wir jetzt das Minen-Level erreicht haben. Found you last... 1000! Ihr Schweine, ihr klaut mir mein letztes Geld. Haben wir eine Kohle? Wir haben eine Kohle. So, nehmen wir... Okay. So. Eridium, wow. Endlich haben wir ein bisschen Eridium bei der Wespenstadt gekostet hat, wow. Dafür haben wir 58 Gold, haben ein bisschen Kupfer bekommen, ein bisschen Kohle. Die anderen Ressourcen haben wir also auch ein bisschen aufgefüllt, also das ist ja nicht, ne? So. Äh, hier... Kommt nix rein. Gut. Äh, hier kommt die Cave-Carrot rein. Hier kommt dat rein, hier kommt das rein. Hier kommt das... Oh, ein Slime haben wir. Oh, Gionen haben wir auch ganz viele gemacht. Ich muss das mal gleich erst mal sortieren hier alles, so. Äh, so, also... Dat kommt da rein, dat kommt da rein, dat kommt da rein. Die Klee kommt da rein. Dat kommt da rein, so. Äh, dann muss ich jetzt erstmal... Ah, hier mal noch ein bisschen so, so, so. Dann gebt mir mal jemand ein Werkzeug, so, danke. So, hier kommt noch der Stein rein. So, äh, hier kommt, glaube ich, nix rein. Ey, ja, schon mal eine Ausrüstung, ne? Ja, gut. Aber ich hab's gar nicht vergessen. So, äh... Hier lass ich erstmal, obwohl... Das ist klar, das hatten wir auch schon, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Das haben wir schon. Das und das hatten wir auch schon. Das hier, Rostik, das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Das hatten wir aber schon gehabt. Und das ist alles Essen. So, und hier... Kann man die Bomben reinschmeißen? Wollen wir noch 42 Bomben? So, die kann man nicht hier reinschmeißen. Dann schmeißen die halt hier rein. So, den verkaufen wir. Damit gehen wir zu Clint. Da müssen wir schauen. Der Rest kommt alles in den Kühlschrank. So. Nein, hier kommt nicht raus. Das wäre leider Katastrophe. So. Aber schön, dass wir wenigstens komplett ausgeruht sind. Fällt mir so gerade auf. Wahrscheinlich, weil wir einfach so... Ach, wir haben schon die ganze Zeit gefuttert. Deswegen habe ich wahrscheinlich einfach einfach ausgeruht. So, wir haben wahrscheinlich auch nicht mehr ausgeruht. So, äh... So. 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 Zack. In die Hasen können echt mal so ein paar Rabbids fallen, dass ich auch, äh, nicht fertig habe. Bin ich der Meinung. So, warte. Ich kann ja hier... Bevor ich das vergesse, stimmt eigentlich, ne? So, warte. So, cooking-Zeug. Schmeiß dann mal hier so hin. Zack. So. Das wird verkauft. Das brauchen wir später. Wir müssen in Ordnung reinbringen wieder. So. 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 Zack, zack, zack. So, das will ich kontrollieren lassen. Äh, hier. So. Obwohl das Haferzeug kann ich... Äh! Haferzeug nehmen wir auch mit. Kann ich mich natürlich mal hier... ...auffüllen. So. Und jetzt wird hier auch nicht gemolken, ey. Okay. So. Hatten wir gestern etwa... Ja, das ist doch... Mann. Wie kann ich denn... Der Schwein ist da hinten. Wie kann ich das denn da melken? So. Die habe ich komplett. So, gut. Äh. Okay, so. Haben das schon mal... So, dann hier. So. Nee, alles klar. So. Nein, solltest du mich da reinschmeißen. Danke. So. Hallo? Nein, solltest du das Öl da... Trüff... Den Trüffel, das Öl ja. Den Trüffel da reinschmeißen. Du Idiot. So. Hier haben wir ein Paradieschen zu ernten. Ernt, 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 ernt. Aber ich muss sagen, da fehlt jetzt ein bisschen Iridium. Das ist echt ein mega Aufwand. Ihr seht ja, dass ich da viel Aufwand betreiben muss, um ein bisschen Iridium zu kriegen, ey. Jedes Mal müsste ich dann ja wirklich... Aber ich muss halt wirklich die Bomben alle selber bauen, aber das ist halt auch relativ kostspielig. Und so, wenn ich die hier stärker kaufen kann, sind die irgendwo Schnitt, glaube ich, günstiger. Vielleicht sogar, ich weiß es nicht genau. Aber nein, die Schnitt nicht, aber vom Aufwand her werden die günstiger. Wenn ich mir jetzt die Edukte alle selber kaufen müsste, wäre ich auf jeden Fall teurer. Das ist wirklich günstiger, das Produkt zu kaufen. Halvina-Marktwirtschaft. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch ein Tomatensträuchler, das gepflückt werden will. Hier kriege ich auch noch eine Tomate, wow. So, hier haben wir nichts. Der Toy ist fertig, da brauche ich aber eine Sense für. Ach, das habe ich gar nicht aufgefüllt, egal. So, zack, zack, das kommt hier rein. So, äh, dann gehen wir eben hier hin. Aber das ist auch noch was fertig, dann wird auch noch hier mit. Zack, zack, zack. So, also den verkaufen wir, den verkaufen wir, den verkaufen wir und das verkaufen wir. Das, 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 das. Das, 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 das. Das und das. So, das behalten wir Das hat er auch noch verkauft So Blüpp, 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 blüpp So gut, ich hole noch ein paar neue Sachen Nehmen wir mal hier drei Kartoffelchen raus Dann haben wir die hier rein Nein, das hat sich da reinhauen Ach ja, ein Wein war ja Die zwei Weine waren fertig Dann haben wir zwei Erdbeerchen hier Zack und zack So, wunderbar So, die wollte ich kontrollieren lassen Dann nehme ich mir ein ganz Werkzeug Dann nochmal wieder mit hier Zack, 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 zack So So, so, so So Und dann habe ich einfach hier Brot rein So Für normale Umgebung halt Sagen wir es mal so So, hier kann man dann halt Ressiges Essen noch reinschmeißen So, damit wir heute noch Wegmachen lassen So Na ja, ich muss mich mal Falsch mal in meiner Farbe noch ein bisschen umschauen So, okay Die Bäume sind noch nicht fertig geworden Aber hier Kriegen neues Oaköl Wenn das Oaköl heißt Ich weiß ja nichts So Da können wir jetzt zumindest schon mal Drei neue Fässer machen Theoretisch So, das Riridium wird Gemacht, gemacht, gemacht Wie soll ich unser Leveling Skill aus? Farming, Mining Ich hoffe, wenn wir das hier voll haben Dass wir auch Riridium Barren herstellen können Das wäre super Dem Level Up Das wäre super Aber dann könnte ich theoretisch einfach Mir die ganze Zeit auch Gold kaufen Darauf dann die Riridium machen So, wir gehen jetzt mal hier hin Ich weiß schon, was es hier so gibt Wenn ich mal treffen würde Ich muss echt einen Tag in die Media gehen Wo ich dann wirklich nichts hatte Irgendwie so wirklich Vielleicht ein bisschen Tiere Und das war's Aber Tiere sind auch schon anstrengend Ach, hallo Louis So, Shop Äh, nee Die Oden hier Zack Ich hoffe mal, ich kriege irgendwas Cooles jetzt hier Ein bisschen Gold Noch mal ein bisschen hier was Kupferhaut zählen Äh, Kupferhaut Kohle zählen Das ist nice Ich glaube, den ganzen Staff hatten wir aber schon Wow, ein Eisen Kackhaufen Stein Oh, das sieht schön aus Obsidian Aber das hatten wir auch schon Ah, Feuerquartz Kommen wir auch schon Das kennen wir leider alle schon So Eine grüne Sonne Die hatten wir auch schon, glaube ich, gehabt Zehn Steine Wow Wow, wie viel haben wir das? Das ist neu, glaube ich Fairystone Okay Sagt mir zumindest nichts Ein Sandstein Kommen wir auch schon Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu voll werde hier Ein blutiger Kackhaufen Den hatten wir schon So, jetzt passt das auch von meinen Sachen her So, viele Steine Was ist das? Lampstone Erkennung Auch schon Zumindest erinnere ich mich an den Namen Was ist das? Basalt Basalt hatten wir, glaube ich, auch Und nochmal Clay Wow Ja gut So 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 Haben wir das auch, oder? Starfood Placed inside my fridge Dafür baue ich erstmal Bohnen Ich werde gerne was spenden Ich habe den Reifen hier Den tue ich dann hier hin Und Das hatten wir noch nicht Wo ist So, das war es, ne? Ja, das war es Dann können wir uns mal unsere tolle Stolz zusammen Den Büsch haben wir jetzt alle komplett, ne? Aber hier alles schon fertig Ja, vielleicht noch der Tisch hier Wo circa Drei, sechs, zwölf Sachen drauf passen Auf den Tisch passen wahrscheinlich drei rein, oder? Eins, zwei, drei Ja, drei rein wahrscheinlich Ne, drei sind so Auch vielleicht nur zwei Ist ja super Dann anderen zwölf Dann werden das Eins Eins, zwei, drei Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Zirka Also Sechzehn und zwölf Sind noch 28 Zwei, zwei, sieben, zwanzig Teile noch Dann hätten wir das auch, glaube ich, komplett Wir hatten noch hier Collections So, hier fehlen uns noch Vier Sachen Bei den Artefakten fehlen uns noch einige Keine Ahnung, wie wir die herkriegen alle Oh, das schiefen uns auch fast voll viele schon So, Fisch haben auch schon einige gefangen Äh, muss ich mal schauen Das ist doch der Hä? Die sehen doch fast identisch aus, hä? So, hier, bei dem Sachen Muss ich auch einiges holen Anscheinend Oh, Weibo scheint So, hat er wohl mir jetzt nicht angerechnet, wie scheint Die Sachen auch Äh, okay, das Essenzen werden wir noch nicht angerechnet, leider Verstehe ich einfach nicht So Stimmt, ein Heimat-Totem könnte ich noch machen Um Hartwold, Zorni und Zinschira Ist sogar easy zu bauen Was gibt's denn noch für Totems hier? So Warp direct in the mountain Okay Warp direct to the beach, auch schön Und Reintotem Äh Tomain Oh, cool Man kann also Sagen, es soll morgen regnen, aber Brauche ich eigentlich gar nicht Aber lass uns ein Eis kaufen gehen Solta Dann nehme ich auf jeden Fall ein paar Eis mit So 30 Eis Für die ganze Familie 29 für mich 30 für die Familie Hahaha So, dann gehen wir nochmal hier gucken Würde ich sagen Einfach nur mal den Sommer ein bisschen zu genießen hier Ein paar Sachen mitzunehmen Zack Zack Ich weiß, dass ich hier einfach mal ein bisschen was aufheben Ich weiß, ob ich das nochmal brauchen werde Aber hier, den Stuff kriege ich eigentlich immer Oh, ich bin voll Hips Äh, kann ich auch was wegwerfen Naja, ich bin geizig Aber ich gehe trotzdem mal hier ab Vielleicht können wir den Rest hier mitnehmen Hier Nope Als ob der ganze Stuff jetzt nicht gut wäre Mit dem Stuff sind wir jetzt nicht gut für mich Ah, na gut Ihr habt gewonnen Dann gehe ich halt nochmal zurück Mann, 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 Mann Wip So Äh, ja Er läuft schon wieder Komisch Stimmt Hier kann ich auch nochmal reinschauen Eben, schnell Hallo Korbops So wie du mir immer hießt Aber du Verkaufst noch überteiltes Brot Cool Und zu Essenzen So Kann der mich einfach Ritium verkaufen So Das ist der bärtige Mann Dann meine ich nicht mich Weil ich muss mich eigentlich mit dem Zauber und Freund Und mich umgesignen kann Dass ich mir dann einen Bart holen kann Das wäre es eigentlich Da haben wir noch einen neuen Question Das würde ich auch noch nehmen eben So Das hat ein ruhigerer Tag So Das will ja Ein Thuner Alles klar Ich will einfach, dass ich einen Thunfisch fange So Dann gehe ich mal hier mein Stuff weglegen Da muss man unbedingt schauen Ritium ist fertig Cool Äh, hier rein So Kleinig Äh Okay Einige Sachen Kann ich hier anscheinend nicht hinlegen Äh Jetzt muss ich jetzt mal wieder Ausmissen Wie scheint Obwohl Artefakte habe ich ja gar nicht hier drin Artefakte kann raus So Das war Mineral Aber hier haben wir noch mehr Mineralds Artefakte Ich meine Artefakte reingeschmissen Hier rein Ach ne Die Artefakte Fische haben wir verkauft Stimmt So Da das jetzt eben voll ist Dann müssen wir uns hier eben Die Mineralien reinschmeißen So Sonst hatten wir noch hier auf jeden Fall So Äh Ja Behalten wir jetzt den Kram hier oder nicht Ist auch noch so eine Sache Ich habe schon die Rainbow Shilling geschmissen Äh Was das kann man nicht passen Lass mal hier rein Ist auch alles voll Oh Da haben wir noch Gehunden gehabt Hups So Äh Den wollten wir verkaufen Klee kann da rein Das ist noch Material So das kommt alles da rüber Oh So ein Durcheinander hier Ich muss echt mal ein bisschen mehr aufräumen Habe ich die Befürchtung So Hallo So den Löffelkorn da rein So nehmen wir wieder das Iridium mit So Zack 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 So Iridium Wir könnten noch einmal brennen So Äh Das können wir auch noch ein bisschen Gold machen So Machen wir es einfach so jetzt Zack Das verkaufen wir noch einfach So So Auf dem schmilzt das Eis nicht So Ich müsste so viele Kisten bauen Das ist unglaublich Honig Honig Auch schon jede Menge Äh Auch nicht Honig brauchen Irgendwie Ne So Morgen gehe ich dann los Und lasse dann Mache dann endlich mein Silo Damit ich da ganz Ganze auf Hafer reinhauen kann Jetzt mit hier auch Ein bisschen versorgt sind So Dann kann ich auch noch einmal Mal in die Mine gehen Zum Typen einkaufen Würde es sagen Gott Ich bedarf auch ganz Tohle So Nein So Ja Warum konnte ich den gerade nicht aufheben Das ist alles Sternqualität Ihr wollt mich doch verarschen Vor allem wie viel das ist Einfach mal wieder So Da ist zwar Alle Sternqualität Warum konnte ich das nicht aufheben Weil ich Weil ich mich nicht klar war Ah ja Gebe ich dem jetzt Sternqualität Oder nicht Oder wie So Da Willi da am Angeln ist Ist da auch nicht nur Am Shop vom Verkaufen Leider Naja Na gut So Wir könnten in die Mine gehen Ja hier gehen wir auch nichts mehr Wir könnten hier noch in die Mine gehen Ja dann geh rein Mann ey Immer diese Ladies die sich vordrängeln Da blutet mein Geld Frigital Ja gut So Kaffee machen wir eigentlich auch Ein bisschen ja gut Mal Speed dran Aber da brauchen wir eigentlich nicht Wirklich Da kommen hier noch ein paar Bier ein Aber es ist nicht so leer aus Sieht in unserem Kühlschrank So Spaghetti Ein paar Pizzen Ein paar Kaffee So Eieieiei So So Irgendwas im Community Center abzugeben haben wir immer noch nicht Leider So Wie sieht das denn jetzt aus im Community Center So wir haben Nur auch die beiden hier Hier bei den Fischen Wir brauchen eigentlich am meisten Hier brauchen wir noch ein Fisch Hier brauchen wir noch drei Fische Das ist das meiste glaube ich Ein Fisch Also fünf Fische müssen wir noch fangen Und hier Fehlt uns noch eine Sonnenblume Hier fehlt uns Maki Und Frittiertes Ei Und hier fehlen uns auch noch drei Äpfel So Dann hätten wir das auch fertig Oh Mann Oh Mann Wir müssen echt mal gucken So Zack Was wollte ich hier Ach ich wollte in die Mine Stimmt Mann 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 Fio ist so vergesslich So ich geh jetzt hoch los in die Mine Ich will hier Bomben kaufen Oh ja Fio geht los Und dann Äh Was wollte ich hier Alles So Komm nun mal her Ich will noch ein paar Bomben kaufen So Alter unter 100.000 wäre jetzt Teurer Spaß auf jeden Fall Ist alles für ein bisschen Iridium Was Obwohl wir können auch müssen Gehen wir hier hin Ach hier waren wir schon heute Oh ups Habe ich schon wieder vergessen Dann zurück zum Bus Stop Alles einlagern hier Und da müssen wir echt mal irgendwie Mal was für die Kisten und so weiter machen Denn das ist alles total unübersichtlich jetzt hier bei mir inzwischen So Trash oder Trash können wir ja benutzen So äh Bomben 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 hatten wir hier glaube ich drunter Ja gut So Gion haben wir noch So das ist alles Essen So den Trash Schauen wir einfach mal hier rein Können wir verkaufen So was haben wir denn hier jetzt noch So drei Iridium Barren haben wir Könnten also Iridium Sprengler bauen Ne Ah die könnten wir echt bauen So Ich hab noch eine Wie viel bräuchten wir denn theoretisch Schauen wir nochmal Komm wie schnell das bei dem Baum ging Irgendwann dauert das bei denen hier so Ah hier ist auch die ganze Zeit einer Ups Ich seh das nur nicht Upsi So wir brauchten Ich glaub wir brauchten nur vier ne hier Oder in den Außenrenten brauchen wir noch ein paar Sprengler Könnten natürlich also das hier bewirtschaften Dann müsste ich nur Ja Beuchte ich fester Und ich muss die Ich bin so ein Depp Äh Ich sollte vielleicht die Sachen auch hier ne bewirtschaften Und so Ein paar Dieschen her Oh mein Gott Nicht dämlich Ich hab die auch gestern gegessen gezogen oder? Ich glaube ja So Doch heute Ich weiß nicht Ich hoffe es war heute Das es ja nicht so dumm war Auf jeden Fall Wenn wir jetzt von den Tagen nicht mehr hinkommen Denk ich mal Oh wir haben wirklich in jeder Qualität das bekommen Auch gut So Dann ich pass mal ein Tatsaki rein Äh Du kommst hier rein So dann wirst du verkauft hier nochmal extra So Äh komm Wir haben noch ein bisschen Gold hier durch Zack, 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 zack Gehen wir hier rein Äh Ja Das ist ein Kühlschrank rein Zack, 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 zack So Ah Jetzt ist ein schön gefühlt In den Kühlschrank Also das ist Morgen was Morgen ist nix Morgen ist Du hast birthday Ja okay Äh übermorgen Da sollte ich fest dran denken Ah 14.000 haben wir gemacht Wie kommt Öl natürlich Der ist Der Erdbeerweine Kommt auch super an Radiesel und so Okay Boah Das wird toll gemacht Ja gut Dann würde ich sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Haut rein Ciao Ciao Ciao